Herzlich Willkommen, zurück zu einer neuen Part von Splatoon 2 Octo Expansion. Mal sehen, wie es weitergeht. Okay, alle Kisten zerstören. Und geschafft. Das war mal eine schnelle Schlägemission, nicht mal eine Minute läuft der Part. Und bald müssen wir jetzt an die schweren Missionen ranwagern. Das kenne ich irgendwie auch schon. Hmm... Hmm, ich hätte hochschwimmen sollen. Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. Das war ein bisschen blöd. Das war's für heute. Hmm. 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 Das war's. Das war's. Okay, nächste Insel. Checkpoint. Okay. 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 Das war's. Das war's. Okay. Okay. Ja. Ich bin doch gesprungen. Okay. Okay. So, geschafft. Aber wenn das gerade aussieht wie hundert und vier, aber ist es Level, äh, Linie I, vier Stationen. Konzentratoren nur. Oh nein. Sieger der Gegner. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Okay Wow Hier hinter dir Ich muss irgendwie nach oben kommen wieder Okay 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 Nog drei übrig. Und geschafft. Das war auch wie ein Level nach meinem Geschmack, aber trotzdem war es nervig. Also langsam gefallen mir die Level wieder. Nur vor dem einen habe ich ja immer noch Angst. Nicht Angst, sondern immer noch, ich habe keine Ahnung wie ich es lösen soll. Das war's. Das war's. Oh! Oh, m-mensch, Mist. Okay. Okay. Ich! Okay. So. So. Äh, der kann mich doch nicht getroffen haben. Bis zum nächsten Mal. Soh! Das war's. So. 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 Äh, was zuerst? Boom, Kommando links. Äh, Schild Kommando rechts. Shits. Ah. 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 Gute Nacht. Ja. Willst du noch was Essen? Hast du noch was? Ja noch ne ähm,紀ster, noch ne gefüllte, bisschen Nudeln. Nudeln, dann ja. Mit Gesamt? Ich habe nur noch alles zusammen gemacht. Ja. Gut. Ich habe ihn kurz in zwei Mal rausgeschnitten und dachte mir, vielleicht bin ich ein Zähl zu sparen. Na toll. Aber... Es bringt alles nichts. Die letzte Mission in E und sie ist schwierig. Ah. Ah. Ähm. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich hasse Bomben. Ich glaub sie immer schon gerast. Okay. Oh. Oh. Wie lange braucht dieses Schild? Und. So, erstleitige Schaft. So. 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 Mist. So. Mist. So. So. Geschafft. Nur noch hoch zur Plattform. Und. Und den Stift zusammenbauen. Oh. Was soll's sonst darstellen? Der hat. Der hat. Der hat wie ein Stift. Das ist meine Meinung. So. 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 Komplett. So. 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 So.